Es gibt viel zu erzählen über die beeindruckenden Weinberge, die Durrbach umgeben. Oder über die langen Sommer, die gastfreundlichen Menschen und natürlich ganz besonders über unseren hervorragenden Durrbacher Wein. Man könnte so viel erzählen, aber viel besser ist es, man erlebt es einfach. Guter Wein wird überall auf der Welt gemacht. Was also macht den Durrbacher Wein so besonders? Es ist die Liebe zum Detail, die wir immer wieder aufs Neue praktizieren. Die Freude der Menschen, wenn sie unseren Wein genießen und die Vielseitigkeit, die er bietet. In jedem Moment und vor allem in ganz besonderen Momenten. Die Durrbacher Winzergenossenschaft sorgt schon seit über 80 Jahren für diese besonderen Augenblicke. Eine Tradition, die Erfolg hat. Natürlich freuen wir uns über die vielen Auszeichnungen, die wir mit unseren Weinen gewinnen. Aber sind wir mal ehrlich, vielmehr freuen wir uns darüber, immer wieder an uns zu arbeiten, um immer wieder etwas besser zu werden. Unsere Hauptdarsteller sind zweifelsfrei unsere Reben. Für sie haben wir nicht nur die besten Plätze reserviert, sondern auch die beste Pflege. Wir schneiden, doldern, heften, entblättern, mulchen. Freuen uns, wenn die Sonne scheint und es zur richtigen Zeit regnet. Und manchmal, ja manchmal schauen wir den Trauben auch einfach nur beim Wachsen zu. Wein zu erzeugen bedeutet für uns immer wieder, Neues zu probieren und doch das Altbewährte nicht zu vergessen. Unsere Winzer ernten immer noch per Hand ein Novum. Denn keine Maschine hat diesen ganz besonderen Blick fürs Wesentliche. Wir schätzen unsere Arbeit genauso wie unsere Geselligkeit. Beides ist unser Antrieb. Von beidem lernen wir das, was für unseren Wein so wichtig ist. Die Freude am Leben. Deshalb arbeiten bei uns Genießer, Visionäre, Denker und Macher. Sie alle helfen uns. Sie alle helfen mit, dass aus unseren Trauben das Beste herausgeholt wird. Bis zum letzten Tropfen. Sie sind anspruchsvoll. Unsere Spätburgunder Rotweine, Klevener, Klingelberger und Grauburgunder. Unsere Weißherbste und Rosés. Die Namen unserer besten Mitarbeiter, die rund um die Uhr das ganze Jahr für uns arbeiten. Ihnen gönnen wir die Ruhe, die Sie brauchen, um jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Und das schmeckt man garantiert. Es gibt viel zu erzählen über Durrbach und unsere Weine. Über die heitere Gelassenheit der Menschen und die einzigartige Landschaft. Die vielen schönen Augenblicke unserer Feste. Die langen Wege durch unsere Weinberge. Über die Tradition, die ebenso gelebt wird, wie die Moderne und über ein einzigartiges Lebensgefühl. Doch wir von der Durrbacher Winzergenossenschaft finden, sie sollten es selbst erleben. Frei nach unserer Philosophie. Freude am Wein. Freude am Leben. Freude am Ebene. Sendung. WirAmericenz. Untertitelung des ZDF, 2020